Die Diktatur des Geldes schreitet vor und nähert sich einem natürlichen Höhepunkt, in der faustischen wie in jeder anderen Zivilisation. Es drang in das Leben des bäuerlichen Landes ein und setzte den Boden in Bewegung. Es hat jede Art von Handwerk umgedacht. Es dringt heute siegreich auf die Industrie ein, um die erzeugende Arbeit von Unternehmern, Ingenieuren und Ausführenden gleichmäßig zu seiner Beute zu machen. Die Maschine mit ihrer menschlichen Gefolgschaft, die eigentliche Herrin des Jahrhunderts, ist in Gefahr einer stärkeren Macht zu verfallen. Aber damit steht das Geld am Ende seiner Erfolge. Und der letzte Kampf beginnt, in welchem die Zivilisation ihre abschließende Form erhält. Der zwischen Geld und Blut. Die Heraufkunft des Cäsarismus bricht die Diktatur des Geldes und ihre politische Waffe die Demokratie. Eine Macht lässt sich nur durch eine andere stürzen, nicht durch ein Prinzip. Und es gibt dem Geld gegenüber keine andere. Das Geld wird nur vom Blut überwältigt und aufgehoben. Das Leben ist das Erste und Letzte. Das kosmische Dahinströmen in mikrokosmischer Form. Es ist die Tatsache innerhalb der Welt als Geschichte. Wenige Tage nach den Selbstmordattentaten auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington hat der Filmkritiker Andreas Kilp in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diese Sätze zitiert. Er hatte sie aus einem zu Beginn der 90er Jahre gedrehten Film von Jean-Luc Godard, Allemagne 9.0, in Erinnerung, wo das Zitat vor einem Bild des Mercedes-Sterns auf dem Berliner Europa Center, einem sehr viel kleineren Hochhaus, auftauchte. Kilp weist nicht nur auf die eine Zeit lang so beliebten Katastrophenfilme hin, sondern auch auf den Botho Strauß des anschwellenden Boxgesangs, den Enzensberger der Aussichten auf den Bürgerkrieg. Sie alle haben Szenarien eines Krieges entwickelt, der als einer zwischen Staaten kaum noch zu führen ist, allenfalls als einer zwischen Ethnien, die sich für Nationen halten. Natürlich hat der 1880 geborene Gymnasiallehrer und spätere Privatgelehrte Oswald Spengler, der seit 1911 an seinem Hauptwerk mit dem Titel »Der Untergang des Abendlandes« arbeitete, dessen erster Teil 1918 und dessen zweiter, abschließender 1922 erschienen, nichts von Osama Bin Laden gewusst. Gleichwohl bekommen die Sätze, die wir eben zitiert haben, eine makabre Folgerichtigkeit. Sie stehen auf der vorletzten Seite seines Buchs, das mit dem Aufruf schließt, dem Untergang gefasst und stolz ins Auge zu sehen. Einem Untergang, den er freilich als etwas behandelt, was möglicherweise noch aufzuhalten wäre, durch einen preußischen Sozialismus, der den Cäsarismus, für ihn das Ende jeder bisher in der Menschlichkeitsgeschichte der aufgetretenen Kultur, wenn schon nicht für immer, so doch ein paar Generationen lang zu bändigen vermöchte. Wenn er »Blut« schrieb, meinte er etwas, das als Metapher so nur in einer deutschen gelehrten Stube nach dem Ende eines verlorenen Krieges entstehen konnte. Die Auferstehung einer hierarchisch gegliederten, womöglich monarchisch verfassten Gesellschaft, in der alle für alle einzustehen hätten, jeder an seinem Platz. Die Ankunft des neuen Cäsar erhoffte er absurderweise aus einem nie näher benannten Kreis von Unternehmern, die fähig wären, die Fessel des Geldes zu sprengen. Daher begrüßte er 1933 im Vorwort zu seinem letzten zu Lebzeiten erschienenen Buch »Jahre der Entscheidung« das, was er »Nationale Umwälzung« nannte. Niemand konnte die nationale Umwälzung dieses Jahres mehr herbeisehnen als ich. Die Ereignisse dieses Jahres geben uns die Hoffnung, dass wir irgendwann wieder Subjekt und nicht Objekt der Geschichte sein werden. Der nationale Umsturz von 1933 war etwas Gewaltiges und wird es in den Augen der Zukunft bleiben. Durch die elementare, überpersönliche Wucht, mit der er sich vollzog, und durch die seelische Disziplin, mit der er vollzogen wurde. Das war preußisch, durch und durch. Wie der Aufbruch von 1914, der in einem Augenblick die Seelen verwandelte. Vor der Gewalt des Aufstands verschwand sofort alles, was eben noch tätig oder getan war. Es war ein Versprechen künftiger Siege, die in schweren Kämpfen erstritten werden müssen und für die hier erst Platz geschaffen wurde. Die Führenden haben die volle Verantwortung dafür auf sich genommen. Und sie müssen wissen oder lernen, was das bedeutet. Es ist keine Zeit und kein Anlass zu Rausch- und Triumphgefühl. Wehe denen, die die Mobilmachung mit dem Sieg verwechseln. Ich sehe mit Bedenken, dass sie täglich mit so viel Lärm gefeiert wird. Die Führenden, wie Spengler sie nannte, misstrauten dem Untergangspropheten, der es wagte, sie vor Rausch- und Triumphgefühl zu warnen. Zudem sein Rassebegriff mit dem Ihren nichts zu tun hatte. Wenn hier von Rasse die Rede ist, so ist das nicht in dem Sinne gemeint, wie er heute unter Antisemiten in Europa und Amerika Mode ist. Darwinistisch, materialistisch nämlich. Rassereinheit ist ein groteskes Wort, angesichts der Tatsache, dass seit Jahrtausenden alle Stämme und Arten sich gemischt haben und dass gerade kriegerische, also gesunde, zukunftsreiche Geschlechter von jeher gern einen Fremden sich eingegliedert haben, wenn er von Rasse war, gleich viel zu welcher Rasse er gehörte. Wer viel von Rasse spricht, hat keine mehr. Es kommt nicht auf die reine, sondern auf die starke Rasse an. Die Vertreter der reinen Rasse reagierten indigniert. Für Spengler gab es, anders als für Karl Schmitt und Martin Heidegger, die dem neuen Cäsar Hitler zujubelten, keine Ämter und Würden, nicht einmal eine simple Professur. Er ist 1936 vereinsamt in München gestorben. Sein Werk »Der Untergang des Abendlandes« war zu kompliziert, zu gebildet, zu skeptisch. Als letzte Form des Verstehens der Dinge, wie sie sind, erscheint die Skepsis. Der gründliche Zweifel an Sinn und Wert des theoretischen Nachdenkens, an dessen Fähigkeit, kritisch und begrifflich irgendetwas zu erschließen und praktisch irgendetwas zu leisten. Die Skepsis in Form der großen historischen und physiognomischen Erfahrung, des unbestechlichen Blicks für Tatsachen, der wirklichen Menschenkenntnis, die lehrt, wie der Mensch war und ist und nicht, wie er sein sollte, des echten Geschichtsdenkens, das unter anderem lehrt, wie oft solche Zeitalter der allmächtigen Kritik schon da waren und wie erfolglos sie vergangen sind. Widerlegungen von Spenglers monströsem Hauptwerk gab es schon bald nach Erscheinen. Sein apodiktischer Gestus, seine buchhälterische Akribie, seine beinahe kindische Verehrung der großen Gestalten der Geschichte wurden von Vertretern aller Fachrichtungen oft herablassend destruiert. Theologen, Philosophen, Ökonomen, Historiker wiesen ihm Fehler ohne Zahl nach. Das ist ein leichtes, aber sie vermieden es, auf den Kern seiner Morphologie der Geschichte, wie er das nannte, einzugehen. Den Aufstieg und Verfall der Kulturen, den er, darin ganz Kind des wissenschaftlichen Zeitalters, in Analogie zum Sprießen, Blühen, Vergehen etwa einer Pflanze begriff und durch alle großen Menschheitskulturen durchdeklinierte. Denn zuletzt, nach einer abgemessenen Reihe von Jahrhunderten, verwandelt sich jede Kultur in Zivilisation. Was lebendig war, wird starr und kalt. Innere Weiten, Seelenräume werden ersetzt durch Ausdehnung im körperhaft Wirklichen. Das Leben im Sinne des Meisters Eckart wird zum Leben im Sinne der Nationalökonomie. Gewalt der Ideen wird Imperialismus. Letzte sehr irdische Ideale breiten sich aus. Reife Stimmungen mit der vollen Entfaltung des Alters. Von Sokrates, Laoze, Rousseau, Buddha an, wendet sich der Weg jedes Mal abwärts. Sie sind alle innerlich verwandt, ohne echte Metaphysik. Wortführer abschließender Weltanschauung und Lebenshaltung, für die wir umfassende Namen wie Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus besitzen. So viel auch an Philisterhaftem in seinen Ableitungen stecken mag, es gibt darin auch Unabgegoltenes. Er selbst war davon so überzeugt, dass er später nichts anderes mehr geschrieben hat als Leseanweisungen für den Untergang des Abendlandes.